ARD Text im Auftrag von Funk Er soll sein Geld behalten Alle Achtung, ganz schön clever von dir Nora Wilson Hast du angenommen, dass ich dir diesen Quatsch glaube? Den Check kassieren und dann ganz artig aufs Schiff gehen Gerade du, die das alles schon mal durchgemacht hat Nein, meine Liebe, so haben wir nicht gerechnet Wir werden hier warten und um 10 Uhr gehen wir zusammen auf die Olaf Eriksen Der Chef freut sich schon auf ein Wiedersehen Mr. Parker, das können Sie doch nicht machen Oh doch, ich kann Bitte lassen Sie mich gehen Du hältst mich wofür sehr blöd, was? Damit du dann zur Polizei rennst Hände hoch, Sie Schwamm Lass mal den Unsinn Du traust dich ja doch nicht Sie sehen, Mr. Parker Ich traue mich Und jetzt schließen Sie die Tür auf